Ja, bevor dieses Video hier richtig los geht, mal noch der Aufruf an alle YouTuber, die hier auch im Filmbereich unterwegs sind. Macht gerne mal mit bei diesem Video, mich würde eure Meinung dazu auch interessieren. Und wie gesagt, wenn ihr Lust habt, macht gerne mal auch ein Video zu dieser Thematik. Mediabooks OVP lassen oder lieber auspacken? Mit dieser Frage wollen wir uns heute beschäftigen. Wenn euch die Idee dahinter gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und über ein Abo freue ich mich auch, wenn ihr hier neu seid. Los geht's nach dem Intro, Freunde. Was geht ab, liebe Filmfreunde. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal, MoviePyro 911. Übrigens, wenn ihr hier neu seid, lasst gerne mal ein Abo, da würde mich sehr freuen. Und über einen Daumen nach oben freue ich mich natürlich auch immer. Und heute stellen wir uns mal die Frage, Mediabooks Original verpackt lassen oder auspacken? Gleich zum Anfang möchte ich mal sagen, ich persönlich handhabe es eigentlich immer so. Wenn ich den Film sehen möchte, packe ich auch das Mediabook dazu aus. Ich sammle eigentlich schon immer Steelbooks oder Mediabooks und deswegen möchte ich ihn natürlich auch auspacken, weil ich eben den Film dann in dieser Edition in der Sammlung habe. Dann gibt es aber auch die Leute, die sagen, nein, bei mir, ich habe eine M-Ray, sage ich jetzt mal zu dem Film noch oder was anderes oder habe das Mediabook zweimal und da bleibt eins original verpackt. Und dann gibt es natürlich auch noch die Leute, die sagen, nein, mich interessiert der Film jetzt gar nicht, ich will einfach nur das Cover haben, es bleibt original verpackt und fertig. Natürlich ist das immer so eine Frage, wenn man es auspackt, ist es natürlich ein bisschen Wertverlust. Aber natürlich kann man auch auf der anderen Seite sagen, man holt sich ja die Filme in die Sammlung, um sie zu schauen und nicht um daraus jetzt irgendeinen Wert zu ziehen. Natürlich hat jede Edition für jeden Sammler noch mal individuellen Wert, das ist natürlich bei jedem so, aber man muss prinzipiell sagen, jedes Mediabook verliert Wert, wenn man es denn auspackt. Eigentlich kann man es noch mehr verallgemeinern, jede Edition verliert Wert, wenn man sie auspackt. Ich persönlich, das möchte ich jetzt mal zu Anfang hier gleich zeigen, habe gar nicht so viele Mediabooks original verpackt. Ihr seht, ich weiß nicht, ob ihr es gut erkennen könnt hinter mir, die Freitag der 13. Mediabooks in diesem Schuba stehen und die sind zum Teil noch original verpackt. Das liegt einfach daran, dass ich die Filme kenne und die schon mal gesehen habe, deswegen habe ich die bis dato noch nicht ausgepackt. Des Weiteren habe ich jetzt hier mal noch als Musterbeispiel die beiden Halloween-Mediabooks von Nameless, die sind auch noch original verpackt. Die möchte ich jetzt auch mal auf jeden Fall noch verlassen, weil ich die Filme eben auch da tatsächlich noch anders in der Sammlung habe, weil es eben Kultfilme sind. Das ist da was anderes, aber ich muss jetzt sagen, ich bin jetzt nicht der, der jeden Film hier 2-3 Mal in der Sammlung hat, auf gar keinen Fall. Finde ich persönlich blödsinn, aber das ist jedem seine persönliche Sache. Es gibt doch Leute, die haben das garantiert und haben auch viele Filme 2-3 Mal in der Sammlung und auch die kann ich definitiv verstehen. Hat auch definitiv, was ich persönlich muss sagen, ich finde nicht so cool, weil ich mir dann eher wieder andere Filme zulege und dann eben eine größere Auswahl da habe. Aber auch ich habe bestimmt 2-3 Filme mehrmals in der Sammlung. Zum Beispiel eben Halloween oder was mir jetzt spontan noch einfallen würde, ja aktuell noch No One Lives tatsächlich, aber es wird auch nochmal eine Edition verkauft, genauso wie bei Eden Lake. Aber es ist jetzt auch nur Zufall eher, weil da eben dann irgendwann ein Mediabook zu rauskam und ich mir das dann eben im Nachhinein zugelegt habe und dann eben die normale Blu-ray deswegen verkauft habe. Das sind aber wie gesagt Ausnahmen, eigentlich ist es nur wirklich so bei Halloween. Ja, aber mich würde wie gesagt mal eure Meinung interessieren, deswegen möchte ich nämlich auch dieses Video machen. Das ist immer so ein Aufruf an vielleicht auch Leute, die einen YouTube-Kanal haben von euch. Macht gerne mal ein Video dazu, wie ist da eure Meinung original verpackt lassen oder eben auspacken. Das würde mich echt interessieren und alle von euch, die keinen YouTube-Kanal haben, schreibt es auf jeden Fall mal unten in die Kommentare. Ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema. Das war wie gesagt meine Meinung dazu. Ist ein relativ kurzes Video geworden, aber ist denke ich mal interessant und ja, ich bin gespannt, ob ein paar von euch mitmachen und ob ein paar Kommentare hier unter diesem Video dann erscheinen. Ja, an dieser Stelle, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Lasst gerne wie gesagt einen Daumen nach oben da und schaltet das nächste Mal gerne wieder ein zu einem neuen Video. Bis dahin macht's gut, auf rein, euer Mufi Pyro, 9-1 und ciao. Bis dahin macht's gut, auf rein, euer Mufi Pyro, 9-1 und ciao.